Hallo und ganz herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Kaffee und Koffein. Kaffee schmeckt. Er ist das beliebteste nicht-alkoholische Getränk. Aber nicht nur deswegen wird er getrunken. Ist man müde und trinkt Kaffee, dann wird man putzmunter. Die anregende Wirkung kommt durch eine chemische Verbindung zustande, die wir Koffein nennen. Der Grundkörper des Moleküls ist die organische Base Purin. Vom Koffein abgeleitet sind so bekannte Verbindungen wie der DNA-Baustein Guanin und der steinbildende Harnsäure. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com 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 www.sofatutor.com